Ich bin hier mit René Merz, Generalsekretär der Direktion Soziales und Sicherheit von Biel. Herr Merz, 1400 Gesuche für Aufenthaltsgenehmungen waren letztes Jahr hängig. Ein trauriger Rekord. Welche Probleme sind innerhalb der Verwaltung und Immigrationsdienst dafür verantwortlich? Könnt ihr hier ein spezifisches Beispiel geben? Konkret im Personalbereich haben wir einen Quervergleich mit der Städt Thun und Bern gemacht. Wir haben festgestellt, dass die Personalausstattung in der Stadt Biel deutlich tiefer ist, wie in den beiden anderen Städten. Und dass auch der Aufbau der Personalressourcen in den letzten Jahren in der Stadt Biel nur halb so gross ist, wie beispielsweise in der Stadt Thun. Das wurde vor allem entsprechend gemacht, um die gesetzlichen Anpassungen, die erfolgt sind und zusätzliche Aufwände generiert haben, abzufangen. Gibt es sonst noch besondere Voraussetzungen, die Biel dafür sorgen, dass es eine längere Bearbeitungszeit braucht? Vielleicht zum Beispiel mit der Zweisprachigkeit oder so? Ja, Zweisprachigkeit ist sicherlich ein Thema. Wir haben in der Abteilung Soziales eine entsprechende externe Evaluation gemacht, was Zweisprachigkeit uns kostet. 5% mehr Aufwand bedeutet das und es wird im Bereich Migration nicht anders sein. Im Bereich Migration haben wir dann noch die Situation, dass wir in der Stadt Biel von der ausländischen Population her deutlich tieferes Bildungsniveau haben, wie andernorts. Das zwingt zu mehr mündlichem Verkehr wie schriftlichem. Es führt auch dazu, dass eine überdurchschnittlich grosse Zahl von unserer Kundschaft in diesem Bereich, weder Deutsch noch Französisch als eine der Namenssprache, nur sehr ungenügend oder mangelhaft spricht. Und dann ist es auch so, dass eine überdurchschnittlich grosse Zahl von der Kundschaft zum Beispiel kein PC oder Laptop zur Verfügung hat. Was das klassische Medium muss ich noch haben, ist das Handy. Das heisst, es ist nur schwierig, dass die Leute Online-Formula ausfüllen und sie sind sehr häufig auf telefonischen Verkehr angewiesen. Was konnten Sie bis jetzt machen, um die Wartezeiten zu verkürzen? Also während der Sommerferien ist die Situation eskaliert, weil wir sehr viele Abgänge und Krankheitsfälle hatten in diesem Bereich. Wir mussten ein Viertel bis ein Drittel der Belegschaft im letzten Jahr ersetzen. Das hat dazu geführt, dass während der Sommerferien die Situation eskaliert ist. Und das hat dann Frau Gemeinderätin Bitte dazu bewogen, notfallmässig Personal aus anderen Bereichen abzuziehen und einzusetzen. Und mit diesen Leuten konnten wir gewisse Spitzen brechen. Wir mussten auch den Bereich stabilisieren. Jetzt, man hat zum Teil gehört, dass Mitarbeitende von grossen Firmen wie Swatch, Rolex oder das Spitalzentrum, wenn die eine Verlängerung oder Aufhaltsbeerwilligung von ihren Angestellten beantragen, funktioniert das viel schneller. Wie erklärt ihr euch das? Ja, das ist relativ einfach. Die grossen Firmen haben ja entsprechende Personalabteilungen. Und die Personalabteilungen, wenn sie entsprechendes Personal dringend brauchen, die haben sich dann halt einmischen, ist das falsche Wort, aber sie kümmern sich um ihre Leute. Und das hat dann zufolge, dass sie natürlich die Kontakte suchen und irgendwann herausgefunden haben, wer ist jetzt wo zuständig. Und natürlich früher oder später sich auch können, die Nummer von einem Kadermitarbeitenden registrieren können. Und dann suchen sie den Weg, wo sie schneller zum Ziel kommen. Merci vielmals für das Gespräch. Gern geschehen. Gern geschehen.